In diesem Video möchte ich mit euch das Unternehmen Waste Management aus den USA analysieren. Der führende Abfallentsorgungskonzern aus den USA konnte in den letzten Jahren seinen Umsatz und Gewinn deutlich steigern und hat quasi wirklich eine richtige Erfolgsstory hingelegt. In diesem Video schauen wir uns jetzt an, wie das Unternehmen genau aufgestellt ist, wo man seine Umsätze und Gewinne erzielt. Wir schauen uns aber auch an, ob die Erfolgsstory so weitergehen könnte und werfen natürlich wie immer auch einen Blick auf die Aktie, um herauszufinden, ob die Aktie aktuell fair bewertet ist oder nicht. Last but not least schauen wir uns natürlich auch mit Hilfe der Chartanalyse an, ob es gegebenenfalls aktuell spannende Einstiegs- oder Ausstiegssignale gibt oder ob einem der Chart einfach sagt, hey, einfach mal Füsse stillhalten und abwarten. Wenn euch das Ganze interessiert, wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib doch einfach dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren, sei es via Einzelaktien, ETFs oder Optionen. Wir gehen jetzt gleich rein ins Video und schauen uns wie immer zunächst einmal die Entwicklung des Aktienkurses an von Waste Management und vergleichen diese Entwicklung mit den direkten Marktteilnehmern oder Konkurrenten. Und ich habe hier als Konkurrenzunternehmen oder als Vergleichsunternehmen habe ich alles Unternehmen aus der gleichen Branche, aus dem gleichen Sektor gewählt. Wir hätten hier Republic Services, wir hätten Waste Management, wir hätten Waste Connections. Das sind alles drei Unternehmen aus den USA, welche sich mit dem Thema Abfallentsorgung auseinandersetzen. Als Vergleichsindex wie immer der S&P 500 und somit haben wir ein gutes Bild, einen guten Vergleich, um herauszufinden, welche diese Unternehmen den Gesamtmarkt, den Breitenmarkt geschlagen haben oder nicht. Und man sieht hier ein sehr, sehr deutliches Bild, dass eigentlich alle drei Unternehmen sich sehr ähnlich entwickelt haben über die letzten fünf Jahre. Man muss dazu sagen, dass diese Kursentwicklung, die wir hier sehen, die Dividende mit einberechnet. Das ist noch wichtig zu sagen. Und gerade die zwei oberen Unternehmen, also Republic Services und Waste Management, haben sich sehr, sehr, sehr ähnlich entwickelt. Also wir sehen immer wieder Phasen, wo der ein oder andere Anbieter die Nase vorne hat. Aber grundsätzlich, die Entwicklung, die Ausschläge der Aktien, die sind eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich. Und das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auch der drittgrösste Anbieter in den USA, Waste Connections, hat eine sehr ordentliche Performance hingelegt. Und hat sich aber ein bisschen abgekoppelt, sieht ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich noch sehr ähnlich von der Entwicklung. Also, kommen wir auf den Punkt. Republic Services hat die beste Rendite erzielt im Fünfjahresvergleich mit 135% Rendite. Dicht gefolgt von Waste Management mit 123% Rendite. Danach folgt Waste Connections mit 104% Rendite. Und der S&P 500 hat im selben Zeitraum, also innerhalb von fünf Jahren, eine Rendite von 51% hingelegt. Also wir sehen, mit Abfall, mit Müll lässt sich sehr gutes Geld verdienen. Und vor allem auch für uns Aktionäre eine sehr ordentliche Rendite erzielen. Und das Schöne an diesem Sektor oder an dieser Branche, an diesem Business, ist grundsätzlich mal, dass wir sehen, dass es ein relativ krisenresistentes Business ist. Das sieht man hier sehr gut, wenn man sich den S&P 500 anschaut. Hier in diesem Zeitraum von Ende 2021 bis, ich sage mal jetzt hier, Oktober 2022, hatten wir ja eine deutliche Korrektur zu verzeichnen. Das ist vor allem auch zurückzuführen gewesen auf Technologieunternehmen, die einen sehr hohen Stellenwert haben im S&P 500. Und da sehen wir eigentlich, dass diese drei Unternehmen, jetzt vor allem auch Waste Management, das Ganze auch relativ kalt gelassen hat. Also der Aktienkurs ist nicht nach oben geschnallt, das sieht man hier schon, aber es gab hier eher so eine Seitwärtsbewegung und nicht so eine deutliche Korrektur, wie wir das bei anderen Unternehmen gesehen haben. Also grundsätzlich, wenn man auf der Suche ist nach einem Unternehmen, das etwas krisenresistenter ist, das eine gewisse Diversifikation reinbringt, zum Beispiel zur Technologie oder zur Gesundheit, wäre so ein Unternehmen durchaus eine spannende Beimischung. Und deshalb gehen wir jetzt gleich rein und schauen uns das Unternehmen Waste Management im Detail an. Zunächst mal ein kleiner Überblick, mit was haben wir es zu tun? Aktuell, der Börsenwert etwa 69 Milliarden US-Dollar. Die Jahresperformance der Aktie, wie wir vorhin schon gesehen haben, im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen nicht negativ, sondern positiv. Wir haben eine Performance von 7,3% in den letzten zwölf Monaten gesehen. Das ist natürlich für so eine spezielle Phase, wie wir es aktuell haben, durchaus positiv zu werten. Wir hatten im Jahr 2022 einen Umsatz von beinahe 20 Milliarden, genauer gesagt 19,7 Milliarden US-Dollar. Und interessant auch hier zu sehen, das Umsatzwachstum pro Jahr im Durchschnitt über die letzten fünf Jahre lag bei 7,1%. Also gerade in einem solchen Markt, der ja grundsätzlich eher etwas langweilig erscheint, ist das durchaus ein Wert, der sich sehen lässt. Der Gewinn im Jahr 2022 betrug 2,24 Milliarden US-Dollar, also das ist der Nettogewinn. Auch dieser über die letzten fünf Jahre im Durchschnitt etwa 7,1% gewachsen. Also grundsätzlich, das sind positive Zahlen, wie man hier sieht. Jetzt gehen wir aber rein, das tiefer ins Unternehmen und schauen uns an, wie dann auch die Umsätze zustande kommen, was man denn überhaupt macht bei diesem Unternehmen. Also grundsätzlich mal Waste Management, wie es der Name schon sagt, ein Unternehmen, das sich eigentlich um Abfall kümmert. Also man holt Abfälle ab, sei das zu Hause, sei das bei Unternehmen, sei das in der Industrie, verwertet diese Abfälle, recycelt diese, entsorgt diese und hat somit eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette im Thema Abfall, das man hier unter sich hat. Das sieht man auch sehr gut an dieser Grafik hier, wenn man sich das mal anschaut, der Umsatzmix von Waste Management. Also etwa 54%, also etwa die Hälfte des Umsatzes, kommt aus diesem Collection Service, also aus dem Uphol Service von Abfällen zustande. Also das heisst, wir können uns das hier drüben gleich mal anschauen, das ist hier dieser Collection Revenue Mix. Da sieht man, dass etwa 41% dieses Teilbereichs kommt zustande aus Abfällen im Commercial Bereich, also bei Unternehmen, wo man direkt bei Unternehmen die Abfälle abholt, sei das Altpapier, sei das weggeworfene Produkte im Supermarkt, sei das, ihr könnt euch vorstellen, wirklich jedes Unternehmen produziert Abfall und da holt man dieses ab und verwertet das dann weiter. Aber hier geht es einfach mal um die Abholung. Dann kommen 27% aus der Industrie, wo wirklich grosse Mengen Abfall anfallen, aber auch nochmal 27% aus dem Bereich Residential, also mehr aus dem Wohnbereich als für Privatpersonen. Also da hat man eigentlich einen sehr guten Mix von Privatpersonen, von Unternehmen, von grosser Industrie, die hier diese 54% Gesamtumsatz ausmachen. Dann kommen wir zurück zum Gesamtumsatzverteilung und da sehen wir, dass nochmal 19% des Gesamtumsatzes kommt aus dem Bereich Landfill, also das sind Mülldeponien, wo man dann schlussendlich wirklich den Müll lagert und deponiert. Dann haben wir noch 9% aus dem Bereich Transfer, also das ist, kann man sagen, das ist so das Zwischenstück. Also wenn man die Abfälle abholt, dann müssen diese ja zuerst mal sortiert werden, aussortiert werden. Was wird jetzt recycelt, was wird dann verbrannt, was wird auf einer Deponie gelagert und das ist genau dieser Bereich Transfer. Dann kommt noch der Bereich Recycle, das macht dann aber nur noch 8% des Gesamtumsatzes aus, wo man dann wirklich verschiedene Produkte, Rohstoffe auch recycelt, sei das Papier, sei das Plastik, sei das Metall, sei das Holz und danach aus diesen Rohstoffen dann wieder neue Produkte erstellt. Und last but not least haben wir noch ein anderes Bereich, ein anderes Segment, Other, das macht noch 10% des Umsatzes aus, wo dann einfach verschiedene andere Dienstleistungsservices reinfallen, wo man dann zum Beispiel auch aus diesen Abfällen zum Beispiel Kraftstoff herstellt, umweltschonenden Kraftstoff etc. Aber das ist dann nicht mehr so erwähnenswert vom Gesamtumsatz her. Also, ich denke mal, jetzt haben wir eine grobe Vorstellung, was man hier macht beim Unternehmen. Sicher etwas, das grundsätzlich mal immer gefragt ist. Deshalb habe ich auch anfangs gesagt, so krisenresistent, Abfälle fallen immer an. Man hat natürlich schon gesehen, auch in der Vergangenheit, wenn wir jetzt längere Zeiten hatten von Krisen, von grossen Wirtschaftskrisen, dass natürlich dann auch weniger produziert wird, dass die Haushalte vielleicht weniger konsumieren, dann fällt auch ein bisschen weniger Abfall an. Aber wir haben hier nicht Phasen, wo wir plötzlich 20, 30, 40% weniger Umsatz machen. Das hat man hier wirklich noch nicht gesehen bei dieser Branche. Jetzt schauen wir uns hier uns mal auf der Karte noch an, wo man überall präsent ist mit Waste Management. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auch auf den amerikanischen und kanadischen Markt fokussiert. Und wir sehen jetzt hier überall auf der Karte verschiedene Punkte, wo man Müll deponieren hat. Das wären hier diese viereckigen Quadrate, diese gelben Quadrate meine ich. Also wenn wir uns hier wirklich da vertreten, wo auch Ballungszentren sind, wo auch wirklich Abfälle anfallen, wo man den Müll auch irgendwo deponieren muss. Wir haben dann aber auch Transferstellen, wo man dann eben diese Abfälle sortiert. Und das sind, wie wir hier sehen auf der Karte, überall eigentlich in ganz Nordamerika verteilt, ist man hier präsent. Man ist Marktführer, man hat eine riesen Marktmacht aufgebaut. Also man muss sich nur mal vorstellen, dass man jetzt eine neue Mülldeponie eröffnen kann. Da kommt jetzt nicht einfach irgendwie ein neues Startup daher und eröffnet 20, 30 neue Deponien. Das ist sehr, sehr schwierig, eine neue Deponie zu eröffnen, weil da gibt es dann auch von Anwohnern natürlich Reaktionen drauf, könnt ihr euch vorstellen. Also das heisst, wenn man hier mal wirklich den Fuss drin hat in diesem Markt, ist es sehr schwer, dass man hier wirklich nachhaltig angegriffen wird. Und deshalb hat man hier wirklich eine sehr, sehr gute Marktmacht aufgebaut. Und das sagt dieses Bild eigentlich schon mal sehr gut aus. Vielleicht noch zum Thema Recycling. Das macht zwar eher einen kleinen Bereich aus des Umsatzes, aber nur, dass man sich das mal vorstellt. Bei Waste Management werden hier im Jahr 2021 fast 8 Millionen Tonnen Papier recycelt. Und etwa 1,2 Millionen Tonnen Holz. Etwa 585.000 Tonnen Glas. Etwa nochmal 500.000 Tonnen Plastik. Und 400.000 Tonnen Metall. Also da geht es wirklich um unglaubliche Mengen, die hier recycelt werden. Und kann man auch sagen, das ist durchaus auch ein nachhaltiges Business. Also es ist im ersten Moment natürlich ein sehr schmutziges, dreckiges und ja, nicht so interessantes Geschäftsmodell. Aber wenn man sich das mal genau überlegt, ist das wirklich auch für Investoren, welche vielleicht in nachhaltige Unternehmen investieren wollen, welche vielleicht auch investieren wollen in Unternehmen, welche etwas, ja, etwas grundsätzlich vom Geschäftsmodell etwas Positives ist, etwas Nachhaltiges. Könnte das auch ein Unternehmen sein, das man sich mal genauer anschauen könnte. Hier noch einige Key Figures, also Kennzahlen, die vielleicht für den Gesamtmarkt, für die Branche noch grundsätzlich relevant sind. Und das habe ich auf Statista gefunden. Der Gesamtmarkt für dieses Waste Collection, also nur fürs Sammeln von Abfall, beträgt in den USA etwa 68 Milliarden US-Dollar. Und kann man sagen, dass das eigentlich zwischen 2017 und 2022 jährlich etwa 2,3% im Durchschnitt gewachsen ist. Und wenn wir jetzt gesehen haben zuvor, dass Waste Management es geschafft hat, die Umsätze in den letzten fünf Jahren um etwa 7% pro Jahr zu steigern, sieht man, dass man hier wirklich die Branche an sich auch outperformt hat. Man hat es natürlich geschafft, durch geschickte Akquisitionen den Mehrwert eigentlich für die Aktionäre zu erhöhen, mehr Umsatz zu erzielen, als es die gesamte Branche im Durchschnitt eigentlich geschafft hat. Sicher auch eine spannende Zahl. Hier habe ich noch eine Statistik gefunden, eine Grafik gefunden von Grandview Research, wo man einfach sieht, wie die Entwicklung dieses Waste Management Marktes, also dieses Abfallmarktes in den USA, sich entwickeln könnte in Zukunft. Man hat jetzt hier bewusst keine Milliardenbeträge ausgeführt, wie das jetzt hier in den nächsten Jahren aussieht. Aber man hat mal prognostiziert, dass zwischen 2023 und 2030 dieser Gesamtmarkt der Abfallwirtschaft pro Jahr etwa um 5% steigern wird. Und das kann man sich vorstellen, wenn man, das ist ja der Gesamtmarkt, wenn man jetzt aber es schafft, quasi sich hier schon sehr gut positioniert zu haben. Und dann noch weitere Konkurrenten einzuverleiben, dass man natürlich hier nochmal ein zusätzliches Wachstum hinbekommen kann. Das ist dann durchaus realistisch. Und da kommen wir vielleicht wieder in diesen Bereich rein, von diesen 7, 8, 9% pro Jahr. Wie wir dann nachher sehen werden, soll es dieses Wachstum sogar noch etwas beschleunigen. Also es ist durchaus natürlich für ein so langweiliges Business durchaus auch Zahlen, die sich sehen lassen. Hier sehen wir nochmal die umsatzstärksten Abfallunternehmen im Jahr 2022, einfach in den USA, weil Waste Management hat den Fokus nur auf die USA und Kanada. Also von dem her müssen wir uns nicht internationale Unternehmen anschauen. Und da sehen wir, Waste Management mit fast 20 Milliarden Umsatz ist ganz klar Marktführer. Danach folgt Republic Services mit 13,5 Milliarden Jahresumsatz und Waste Connections mit 7,2 Milliarden Jahresumsatz. Das sind auch die Unternehmen, die wir anfangs beim Aktienkurs miteinander verglichen haben, die sehr ähnlich performt haben. Okay, jetzt werfen wir noch einen spannenden Blick auf die Aktionärsstruktur von Waste Management, weil da gibt es mal ein spannendes Bild, weil normalerweise bei grösseren Unternehmen sieht man nur klassische Investmentfonds, die sich hier beteiligt haben, die zumindest einen grösseren Anteil der Unternehmen halten. Aber bei Waste Management sehen wir doch durchaus ein spannendes Bild. Und zwar haben wir der zweitgrösste Investor in Waste Management ist die Bill und Melinda Gates Foundation Trust. Also Bill Gates, der sein Vermögen ja mit Microsoft quasi erzielt hat, der hält durchaus einen beachtlichen Anteil, 8,6% an Waste Management. Und ich finde das durchaus auch ein interessanter Fakt, weil wenn man sich jetzt überlegt, wenn man grundsätzlich mal recherchiert und sich überlegt, wie Bill Gates, ein sehr erfolgreicher Manager, jetzt doch eigentlich sehr viel Geld investiert hat in Waste Management, meines Wissens nach ist es die zweitgrösste Position in diesem Trust, in diesem Fonds von Bill und Melinda Gates, dann sagt es doch einiges aus, wie Bill Gates hier diesen Markt einschätzt. Klar, er ist auch ein Investor oder vor allem eine Frau, die auf Nachhaltigkeit setzt. Das ist vielleicht schon ein Signal gegen außen, dass Waste Management durchaus auch ein grünes Investment sein könnte. Aber es sagt natürlich auch etwas darüber aus, dass er ein gewisses Potenzial zumindest mal auch für die Zukunft sieht. Das einfach mal so als Information am Rande. Ihr könnt euch gerne auch mal mit diesem Trust auseinandersetzen, was man hier für Stellenwert hat. Da findet ihr auch einige Informationen zu Waste Management. Das könnt ihr euch sehr gerne mal in Ruhe noch anschauen. Okay, jetzt gehen wir aber wieder zurück ins Business Ansicht von Waste Management und schauen uns die Umsatzverteilung auf Segmenten an. Und da ist es eigentlich sehr uninteressant, so wie das grundsätzlich mal an den Finanzdienstleistungen die Umsatzverteilung hier ausweisen. Es wird eigentlich nur ausgewiesen in East Tier und West Tier, also eigentlich die Umsatzverteilung von den östlichen Teilen von den USA und den westlichen Teilen von den USA. Und das hält sich etwa in Waage, wie man hier sieht, mit 42,2% Umsatzanteil East Tier und 41% Umsatzanteil West Tier. Und dann haben wir noch etwa 17% Other und deshalb denke ich, macht es hier mehr Sinn oder es ist aussagekräftiger, wenn man sich mal ein bisschen mehr Zeit nimmt und recherchiert, wie denn die Umsätze verteilt sind. Das haben wir uns anfangs schon angeschaut. Ich zeige euch das nochmals. Also etwas mehr als die Hälfte kommt über diesen Collection-Bereich, dann etwa 19% über diesen Deponie-Bereich, 9% Transfer, 8% Recycling und 10% Other. Aber ich wollte das einfach nochmal erwähnen, weil wenn man dann teilweise solche Ausweise sieht und das relativ nichtssagende ist, muss man vielleicht noch etwas tiefer gehen und halt vielleicht auch auf der Webseite von dem Unternehmen mal recherchieren, in der Investor Relations Kategorie und dann findet man dann auch solche Zahlen, wie wir das hier sehen und das finde ich dann deutlich interessanter für die Analyse. Von der Umsatzverteilung aus regionaler Sicht kann ich mich auch sehr kurz fassen. Wir sehen, dass 96% der Umsätze in den USA erzielt werden, lediglich 4,3% noch in Kanada. Also das ist wirklich ein Unternehmen, das der Fokus ganz auf die USA gesetzt hat. Da haben wir keine internationale Verteilung, Diversifikation. Das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man investiert in Waste Management. Die Umsatzentwicklung möchte ich gerne mit euch noch anschauen, wie die Prognosen aussehen. Also wir können auch mal einen Blick zurückwerfen. 2015 wurde noch ein Umsatz generiert von etwa 13 Milliarden US-Dollar. Jetzt 2022 kratzen wir hier eben an dieser 20 Milliarden Dollar Grenze. Und der soll dann jetzt für im Jahr 2023 auch geknackt werden. Man geht von einem Umsatz aus von 20,7 Milliarden ganz grob gesagt und soll dann bis im Jahr 2026 auf über 25 Milliarden Dollar ansteigen. Also wir sehen eigentlich ein sehr kontinuierliches Wachstum. Es gibt hier eigentlich selten mal Phasen, wo die Umsätze auch stagnieren oder sogar mal ganz leicht zurückgehen. Grundsatz geht eigentlich stagniert oder in den letzten Jahren hat der Umsatz eigentlich ein bisschen stagniert oder nur ganz leicht gestiegen. Jetzt zuletzt in den letzten zwei, drei Jahren hat das wieder angezogen, hat aber auch mit Akquisitionen zu tun. Man hat vermehrt auch Konkurrenten aufgekauft und deshalb auch seine Umsätze steigern können. Okay, jetzt schauen wir uns noch die Margenentwicklung an. Umsätze haben wir gesehen eben jetzt hier gerade mal in den Jahren hier 2004, sagen wir mal bis 2014 sind die Umsätze eigentlich relativ konstant geblieben. Da hat sich nicht so viel verändert. Aber jetzt zuletzt haben wir dann einen Umsatzwachstum gesehen. Und auch für die Zukunft prognostiziert man ein Umsatzwachstum, indem man einfach wieder mehr Akquisitionen tätigt, aber auch einfach seine Preise erhöht. Aufgrund der Inflation etc. kann man dann auch ein bisschen mehr verlangen und deshalb kommt dann auch ein höherer Umsatz zustande. Was hat das Ganze jetzt mit den Margen auch zu tun? Wir sehen die Margen aus und da sehen wir auch ein ähnliches Bild, wenn man uns jetzt die operative Marge anschaut. Nehmen wir einfach mal einen Zeitraum zwischen 2007 und ca. 2018, 2019. Da hat sich eigentlich nicht viel getan. Danach ist die Marge leicht gefallen, hat jetzt aber zuletzt wieder etwas angezogen. Wir finden uns aktuell in einem Bereich von etwa 17,5% operative Marge. Und ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen, ganz grob, ist das etwa gleich geblieben in den letzten Jahrzehnten. Da hat sich nicht viel getan. Vielleicht ganz langfristig betrachtet, sehen wir eine leichte Steigerung der Marge. Das sehen wir auch bei der Nettomarge. Die liegt aktuell bei 11,36%. Auch hier, es gibt immer mal wieder Schwankungen. Das ist aber die Nettomarge, da muss man immer etwas aufpassen. Da gibt es Sondereffekte, Steuereffekte, die das Ganze beeinflussen. Deshalb kann es durchaus Sinn machen, wenn man sich die operative Marge anschaut. Die ist dann etwas glätterter, etwas aussagekräftiger. Genau, das einfach mal zu diesem Thema. Also grundsätzlich hier auch ein positives Bild. Wir haben keine fallenden Margen über sehr lange Zeit hinweg. Die Gewinnentwicklung sieht hier auf den ersten Blick etwas schwankend aus. Wir haben jetzt hier die Nettogewinne. Und da sieht man durchaus, dass das grössere Schwankungen hat. 2010 hat man noch ca. 953 Millionen Gewinn gemacht. Aktuell sind das etwa 2,2 Milliarden. Also wir sehen hier schon innerhalb der letzten zwölf Jahre, das ist eine relativ starke Steigerung des Gewinns gewesen. Mit aber doch deutlichen Schwankungen dazwischen. Diese Schwankungen sind aber, wie gesagt, eben bei dem Nettogewinn muss man etwas aufpassen. Es sind vielfach Sondereffekte, die anfallen. Abschreibungen, Steuereffekte etc. Und deshalb macht es durchaus Sinn, sich mal einen bereinigten Gewinn anzuschauen. Das sieht man jetzt an dieser Grafik sehr gut vom Aktienfinder. Wenn man sich diesen braunen Bereich hier anschaut, dass der Gewinn pro Aktie bereinigt, dann sieht das Ganze schon nicht mehr so stark schwankend aus. Also sehen wir, dass hier gewisse Sondereffekte herausgerechnet werden und dass eigentlich die Gewinnentwicklung hier doch nach oben zeigt. Hat sich jetzt vor allem in den letzten Jahren auch etwas beschleunigt. Die Jahre zuvor, ich sage mal, zwischen 2000 und 2010 war das Gewinnwachstum etwas weniger dynamisch. Hat jetzt zuletzt etwas mehr angezogen. Das ist vielleicht auch noch eine spannende Erkenntnis hier aus. Die Gewinnentwicklung, schauen wir uns hier auch noch an. Die Prognosen. Das ist der bereinigte Gewinn pro Aktie. Da hatten wir jetzt im Jahr 2022 einen Gewinn pro Aktie von 5,59 Dollar pro Aktie. Geschätzt wurde hier von den Analysten 5,7 Dollar. Das heisst, man hat ein bisschen mehr erwartet. Deshalb hat die Aktie dann auch ein bisschen korrigiert. Aber das war alles in einem vertretbaren Rahmen. Für nächstes Jahr prognostiziert man jetzt einen Gewinn pro Aktie von 6,05 Dollar. Und das soll auch die nächsten Jahre so weitergehen. Also wir sehen hier eigentlich auch steigende Gewinne mit nur leichten Schwankungen mal ab und zu dazwischen. Grundsätzlich geht es hier nach oben und es soll auch in Zukunft so weitergehen. Jetzt schauen wir uns aber mal konkret den Gewinnfluss an von Waste Management. Um mal zu sehen, wo dann hier auch die Umsätze entstehen. Aber vor allem auch, wo die Kosten entstehen, wo die Kosten anfallen. Das gibt einem immer auch ein gutes Bild über ein Unternehmen. Und da kann man grundsätzlich sagen, eben im Jahr 2022 hat man eine Umsatzsteigerung von fast 10% erzielt. Diese Segmente, wie wir das schon anfangs besprochen haben, sind nicht so aussagekräftig. East here, West here, sonstiges. Aber grundsätzlich konnte man hier in jedem Segment Umsatz steigern. Aber was jetzt interessanter ist, wenn man sich die Kostenstruktur des Unternehmens anschaut, dann fällt natürlich der grösste Teil hier in diesem Bereich Material- und Lohnkosten an. Die sind um etwa 9,3% gestiegen zum Vorjahr. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass man gewachsen ist, muss vielleicht mehr Personal einstellen etc. Die Löhne sind natürlich auch ein bisschen gestiegen. Aber wir sehen einfach, verglichen zum Beispiel mit einem Technologieunternehmen, fällt dann hier bei Betriebsaufwanden ein bisschen weniger an. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier keine Forschung- und Entwicklungskosten, wie wir das in Technologie- oder im Pharma-Bereich haben. Auch deutlich weniger Vertriebsaufwände, wie wir das im Software-Bereich zum Beispiel haben. Aber dafür ist das halt ein sehr personalintensives Business, muss ich vorstellen. Dieser Abfall-Abhol-Service, da müssen natürlich Leute dabei sein, die müssen da rausgehen und die ganzen Abfälle einsammeln. Auch dann im Recycling-Bereich ist es dann auch sehr kapitalintensiv durchaus. Und deshalb fallen hier in diesem Bereich natürlich auch etwas mehr Kosten an. Dafür im Betriebsaufwand dann etwas weniger. Natürlich kommen hier auch Abschreibungen dazu. Es gehört ganz normal dazu, wenn man einen grossen Fuhrpark hat, wenn man viele Fahrzeuge hat, muss man natürlich laufend Abschreibungen tätigen. Das ist im Prinzip ganz normal. Das ist nichts Negatives. Das gehört zu diesem Geschäftsmodell einfach dazu. Okay, aber wir sehen, dass der operative Gewinn, also der EBIT, noch vor Steuern und Zinsen, dass dieser um 14% gesteigert werden konnte gegenüber dem Vorjahr. Und der Nettogewinn sogar um 23% gesteigert werden konnte. Das hat vor allem damit zu tun, dass einfach nicht operativer Aufwand, der im Jahr zuvor noch etwas höher lag, um die Hälfte gefallen ist. Und deshalb ist dieser Nettogewinn etwas höher ausgefallen. Also man sieht auch hier wieder mal, dass der Nettogewinn halt, ja, ich sage mal, nicht so aussagekräftig ist, weil da muss nur irgendwo wieder ein Sondereffekt reinfallen, der etwas höher oder tiefer ausgefallen ist. Und plötzlich reißt es den Gewinn nach oben oder nach unten. Deshalb ist es durchaus für mich oft etwas aussagekräftiger, wenn man sich den operativen Gewinn anschaut, den EBIT, weil der halt um gewisse Sondereffekte dann auch schon bereinigt ist. Oder gerade das Thema Steuern, da fallen mal in einem Jahr etwas mehr Steuern als im nächsten Jahr. Und dann verfälscht das das Ganze. Genau, da weise ich auch immer wieder sehr gerne darauf hin. Wir haben jetzt viel über den Gewinn gesprochen, über die Umsätze. Jetzt schauen wir uns aber noch das Thema Dividende an bei Waste Management, weil eine Dividende wird bezahlt und zwar seit dem Jahr 2004, wie wir hier sehen. Und aktuell haben wir eine Dividendenrendite von 1,6%. Die war durchaus auch schon ein bisschen höher. Wir haben aber aktuell auch eine Ausschüttungsquote von 48%. Das ist durchaus an einem tieferen Niveau, um das sicher positiv zu werten. Und vielleicht für Dividendeninvestoren auch wichtig zu sehen oder zu wissen, wir haben eine durchschnittliche jährliche Steigerungsrate bei der Dividende von etwa 8,7% über die letzten 5 Jahre. Also die Dividende wird laufend erhöht. Jetzt nicht in einem sehr starken Rahmen, eben 8,7%. Das ist jetzt nicht alle Welt, aber immerhin, wenn das natürlich so weitergeht, kann man sich das auch ein bisschen ausrechnen, was das bedeuten würde. Wenn man jetzt aktuell investieren würde, dann hätte man jetzt aktuell eben 1,6% Dividendenrendite. Wenn man das jetzt aber etwas in die Zukunft projiziert, mit einem Wachstum der Dividende, jetzt eben um die 8,7% zum Beispiel, dann könnte man sagen, dass man bis im Jahr 2033, also etwa in 10 Jahren, eine persönliche Dividendenrendite von etwa 3,1% hätte. Also das heisst, mit dem Kapital, wo man jetzt investiert, das würde dann in 10 Jahren etwa eine Rendite von 3,1% rein von der Dividende her geben und man hätte trotzdem ein Unternehmen, das auch wirklich noch nachhaltig seine Gewinne und Umsätze steigern kann. Also durchaus auch vielleicht für eine Dividendenwachstumsstrategie könnte das durchaus ein spannendes Investment sein. Das einfach auch so für die Dividendeninvestoren unter euch. Jetzt werfen wir aber noch einen Blick auf die Bilanz, auf die Verschuldung von Waste Management. Und da sehen wir, ja, ein durchzogenes Bild, sage ich mal so. Keine grossen Schwierigkeiten, aber auch keine extrem positiven Erkenntnisse daraus. Wir haben eine Verschuldung, eine Schuldenquote gesamt von etwa 58%, was durchaus schon nicht gerade wenig ist, aber noch viel wichtiger, eine Schuldenquote verzinst von 36%. Das ist jetzt auch nicht extrem tief. Also es ist schon eher etwas erhöht, aber alles noch im grünen Rahmen, also noch kein Problem. Aber man muss das Ganze dann einfach im Verhältnis setzen, wenn man sich jetzt anschaut, eben diese Verzinsenschulden, die man hat, also Schulden, auf die man Zinsen zahlen muss, sind das etwa 15,5 Milliarden US-Dollar. Und dem gegenübergestellt haben wir einen Free Cashflow von 1,9 Milliarden US-Dollar. Und da sehe ich dann immer sehr gerne das Verhältnis. Also jetzt, wenn man komplett auf die Dividende verzichten würde und diesen Free Cashflow verwenden würde, um seine Zinsen zurückbezahlen, dann wären das etwa 8, 9 Jahre circa, ganz grob gesagt, wo man brauchen würde. Das wäre absolut noch im Rahmen. Jetzt nicht extrem, ich sage mal, ja, von der Tilgungskraft nicht extrem positiv, aber alles noch im Rahmen. Wenn man jetzt aber natürlich betrachtet, man zahlt ja auch eine Dividende, dann hätte man eine Tilgungskraft von 872 Millionen pro Jahr. Da ging es dann durchaus etwas länger, bis man seine Schulden zurückzahlen könnte. Aber auch hier absolut alles noch im Rahmen. Es ist kein besorgniserregendes Bild. Wir sehen jetzt auch hier, dass wir Kernvermögen haben plus Cash-Wertpapiere. Dieser Betrag wird, also die Gesamtschulden, die man hat, sind etwas höher als Kernvermögen plus Cash-Wertpapier. Aber ich finde das auch nicht besorgniserregend, nicht problematisch, weil wir haben jetzt hier auch eine sehr grosse Position an Treasury-Stocks, also zurückgekaufte Aktien. Und da muss man sich vorstellen, das ist schlussendlich einfach Geld, das man sonst auf dem Konto hätte, das auch Cash gewesen wäre, das man jetzt einfach umgewandelt hat in eigene Aktien, also man hat eigene Aktien zurückgekauft und diese dann so bilanziert. Man könnte diese ja auch wieder veräußern und könnte dadurch auch wieder, wie wir hier sehen, 11,5 Milliarden Dollar wieder einnehmen. Wahrscheinlich sogar mehr, weil man diese Treasury-Stocks dann zu einem höheren Kurs verkaufen könnte, als man die Ursprüngung eingekauft hat. Also von dem her ist das Thema Schulden hier für mich nicht problematisch, aber auch nicht, wie anfangs gesagt, irgendwie äusserst positiv zu werten. Wir haben auch noch eine Goodwill-Position von 9 Milliarden, die kam natürlich zustande, dass man immer wieder neue Unternehmen aufgekauft hat, gewisse Akquisitionen getätigt hat, um natürlich auch dieses Wachstum zu erzielen. Für mich ein relativ logischer, normaler Schritt. Man muss das einfach im Auge behalten, wenn man plötzlich mal einen grossen Konkurrenten aufkauft, könnte es durchaus sein, dass dann diese Goodwill-Position nochmal deutlich erhöht wird. Dann müsste man sich dann überlegen, ob man dieses Risiko eingehen will, aber aktuell für mich noch vertretbar. Wir sehen jetzt eben auch aufgrund dieser Treasury-Stocks-Position, also der zurückgekauften Aktien, sieht man hier sehr gut, dass Waste-Management in den letzten Jahrzehnten immer wieder sehr stark eigene Aktien zurückgekauft hat. Das ist natürlich positiv für Aktionäre. Das beflügelt den Aktienkurs. Das führt aber auch dazu, dass die eigene Position, die man hat, eigentlich im Prinzip, ja, dass man eigentlich mehr Anteile hält, prozentual am Unternehmen, wenn Aktien eigentlich zurückgekauft werden. Das ist eigentlich ein durchaus positives Bild. Es gab hier nur mal, sagen wir mal, im Jahr 2013 gab es mal eine Phase, ein Jahr, wo man dann ein bisschen Aktien wieder rausgegeben hat, wo man das Aktienrückkaufsprogramm gestoppt hat. Ansonsten eigentlich seit 2001 gab es hier nur Rückkäufe, die man gesehen hat. Das ist durchaus positiv zu werden. Jetzt werfen wir aber einen Blick auf die Analystenerwartungen bei Waste-Management, um herauszufinden, was dann hier die ganzen Banken und Analysten da draussen für Kursziele gesetzt haben bei diesem Unternehmen. Und wir sehen ein, ja, ein, ich würde mal sagen, ein neutrales Bild bei Waste-Management. Wir haben 22 Analysten, die ein Rating abgegeben haben für Waste-Management. Der grösste Teil der Analysten empfiehlt, die Aktie zu halten, also nicht aufzustocken oder auch nicht zu verkaufen. Es sind aber auch durchaus sehr viele, also hier zehn Rating- oder Analysten, die die Aktie zum Kaufen empfehlen. Und lediglich ein Analyst, der sagt, hey, sofort verkaufen. Man soll sich trennen von seinen Aktien. Also das bedeutet für mich einfach grundsätzlich mal, was ich hier rauslesen kann, dass keine grosse Panik vorhanden ist. Es gibt offenbar keine grossen Probleme, die jetzt zu einem Verkauf der Aktie führen sollten. Es bedeutet aber auch gleichzeitig, dass nicht eine wahnsinnige Euphorie vorhanden ist. Und das bedeutet, sieht man auch sehr gut hier im durchschnittlichen Kursziel, das liegt bei 175 Dollar circa. Das wäre jetzt verglichen mit dem aktuellen Kurs ein Plus von 4,2 Prozent für die nächsten zwölf Monate. Das ist jetzt natürlich nicht mehr alle Welt. Also man sieht schon, dass die Aktie ein Stück weit schon relativ hier stolz bewertet ist anhand dieser Analysten-Erwartungen, dieser Analysten-Meinungen. Aber wie ich auch immer wieder sage, soll man darauf nicht allzu viel Wert legen. Es geht hier mehr darum zu erkennen, ob grundsätzlich irgendwelche Probleme vorhanden sein könnten oder nicht. Und das scheint hier nicht der Fall zu sein. Jetzt machen wir uns aber ein eigenes Bild zum Thema Renditeerwartungen, faire Werteaktie und gehen hier rein, auch wieder in den Aktienfinder und versuchen hier herauszufinden, ob die Aktie teuer bewertet ist oder eher günstig. Und das sieht man eigentlich schon auf den ersten Blick, dass die Aktie durchaus stolz bewertet ist. Also wir haben das definitiv nicht mit einer Unterbewertung zu tun. Wir haben das auch aktuell zumindest nicht mit einer fairen Bewertung zu tun, sondern im Prinzip auch eher mit einer Überbewertung. Wenn man sich das KGV, das bereinigte KGV anschaut, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, um Sondereffekte bereinigt, dann lag dieses im Durchschnitt der letzten 10 Jahre eigentlich eher so bei 23,8. Aktuell sind wir schon bei 30. Das war schon mal höher, ganz klar. Also ein großer Teil der Überbewertung wurde ein bisschen abgebaut. Aber wir sind natürlich immer noch in einem Rahmen, wo man nicht von einem Schnäppchen sprechen kann. Das muss man sich einfach bewusst sein. Man sieht aber auch, wenn man sich jetzt anschaut, hier die schwarze Linie, das ist der Aktienkurs von Waste Management. Und hier zum Beispiel die grüne Linie oder die braun gepunktete Linie wäre jetzt hier der bereinigte Gewinn, also der faire Wert anhand des bereinigten Gewinns. Dann gibt es immer wieder Phasen, wo die Aktie halt einfach immer relativ deutlich auch über diesem Wert lag. Also wir sehen jetzt nicht, dass sich die Aktie immer sehr gut daran orientiert hat. Zumindest jetzt die letzten zwei, drei Jahre hat sich der Aktienkurs etwas abgekoppelt. Hat vielleicht auch damit zu tun, wenn man sich jetzt einfach die Wachstumsraten anschaut, jetzt für die letzten paar Jahre, dass die vielleicht etwas höher waren als noch in der Vergangenheit. Aber im Prinzip muss man einfach feststellen, die Aktie ist nicht günstig bewertet. Man kann das jetzt auch mal in die Zukunft projizieren, denn man einfach sagt, hey, mit dem prognostizierten Wachstum, das das Management von sich gibt, das die Analysten sehen bei Waste Management, hätte man bis Ende 2026, wenn man sich dem fairen Wert orientiert, ein theoretisches Renditepotential von 31,5%. Das wäre dann aufs Jahr runtergerechnet, 7,8%, das inklusive Dividende, wo man jetzt einfach für sich beurteilen muss, ist das eine Rendite, die für einen reicht, die einem genügt, wo man zufrieden ist, oder möchte man nicht in etwas investieren, wo man vielleicht noch ein grösseres Potenzial hat. Ja, oder vielleicht einfach sagt, ich investiere dann vielleicht erst wieder in Waste Management, wenn irgendwann mal der Moment kommt, wenn es wieder eine Korrektur gab und ich dann zu einem günstigen Zeitpunkt einsteigen kann. Aber um das zu beurteilen, schauen wir uns noch die Chartanalyse an, um hier festzustellen, ob es aktuell vielleicht spannende Signale gibt. Und wir sehen zunächst einmal, dass wir einen sehr langfristigen Aufwärtstrend sehen bei der Aktie von Waste Management. Also hier eigentlich seit mehr als 10 Jahren sehen wir hier eigentlich diese rote Linie, dass sich die Aktie immer wieder daran orientiert hat und dass wir aktuell jetzt hier eigentlich eher so ein bisschen in einer Seitwärtsbewegung sind. Und das schauen wir uns jetzt noch aus der Nähe an. So die aktuelle Entwicklung, so 2021 bis heute, sehen wir ja schon, dass jetzt gerade seit Ende 2021 eher so eine gewisse Seitwärtsbewegung bei der Aktie zu sehen ist. Das kann man jetzt als positiv, kann man aber auch als negativ auslegen. Weil, ich sage es mal positiv, haben wir bei vielen anderen Aktien natürlich gesehen, dass diese jetzt gerade seit Ende 2021 durchaus stark korrigiert haben, im Jahr 2022. Und das hat man jetzt hier bei Waste Management natürlich so nicht gesehen. Das ist eben so das Thema, das ich am Anfang schon gesagt habe, eher ein krisenresistentes Business. Dafür haben wir jetzt hier eher eine Seitwärtsbewegung gesehen. Und viel interessanter, was man jetzt einfach sieht, ist, dass wir hier oben so einen gewissen Deckel drauf haben. Also, so eine gewisse Widerstandszone. Das heisst, die Aktie hat immer wieder versucht, hier über diese Kursmarke, ich sage es mal ganz grob gesagt, von irgendwo 160 bis etwa, bis etwa, ja, wenn man das ein bisschen bis da oben noch nimmt, bis etwa 176 rum, ist man immer wieder daran abgeprallt. Also, die Aktie ist daran gestossen, der Aktienkurs, wieder nach unten weggebrochen. Man kam wieder in diesen Bereich rein, hat es dann aber nicht geschafft, diesen zu überwinden. Man ist wieder nach unten weggebrochen. Und das ist hier schlussendlich vier, fünf Mal schon geschehen. Und aktuell sind wir genau wieder in diesem Bereich. Die 168 US-Dollar bei Waste Management. Und jetzt gilt es natürlich, das Ganze sehr gut zu beobachten, weil wir haben ja alle die Glaskugel nicht. Es ist unmöglich zu prognostizieren, ja, jetzt geht die Aktie nach oben und die nächsten 10, 20 Kursprozente, die liegen jetzt drin oder es dreht nach unten ab. Das Einzige, was wir jetzt hier ableiten können, sind Szenarien. Und wir haben ja schon gesehen, einfach anhand des Fair Values, also des fairen Werts der Aktie, dass diese eher etwas überbewertet ist. Und deshalb muss man auch ausgehen, dass vielleicht früher oder später auch mal eine gewisse Gegenbewegung kommt, eine gewisse Korrektur. Das wäre absolut gesund und normal. Und hier kann man sich einfach mal anhand der Chartanalyse ungefähr hier raussuchen, wie gross denn die Korrektur sein könnte. Und ich habe das mal in zwei Stufen hier eingeteilt. Die erste Gegenbewegung, die durchaus realistisch wäre, wäre so minus 10%. Dann wäre man hier in diesem blauen Balken ungefähr drin, haben wir gesehen, dass das auch immer mal wieder passiert ist, dass man sich etwa in diesem Range, die minus 10%, das hat immer wieder stattgefunden. Das könnte auch jetzt passieren. Es könnte aber sein, dass die Korrektur ein bisschen grösser wird, wie wir das hier jetzt eben zuletzt Anfang 2022 hatten, dass es auch mal 20% nach unten ginge. Dann wäre wir im Bereich von etwa 138. Interessant wäre dann auch, wenn die Aktie jetzt hier in diesem Bereich rein korrigieren würde, dann würden wir uns auch wieder sehr gut an diesem fairen Wert hier annähern. Dann wäre die Aktie durchaus interessant bewertet. Also wenn das passieren würde, dann wäre es natürlich sehr interessant. Das wäre dann natürlich auch für das mittelfristige Renditeziel, Renditepotenzial interessant, weil das würde natürlich deutlich nach oben gehen. Dass das jetzt passiert, die Wahrscheinlichkeit, das ist sehr schwierig zu eruieren. Was sich jetzt aber hier sehr gut empfehlen lässt, ist, dass man jetzt einfach mal beobachtet, weil wir ja in der Vergangenheit gesehen haben, dass diese Zone, diese Marke hier oben sehr kritisch ist, wo man jetzt einfach mal sehen muss, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, was passiert. Dreht der Aktienkurs nach unten ab, dann sollte man definitiv noch etwas warten, weil dann haben wir hier dieses Potenzial nach unten. Wenn jetzt aber wirklich die Aktie jetzt schafft, diese Hürde endlich mal zu überwinden und hier mal nachhaltig einige Tage, vielleicht auch mal eine Woche, zwei darüber zu bleiben, dann wäre das wirklich ein spannendes Kaufsignal, obwohl die Aktie eigentlich schon etwas stolz bewertet ist. Also man muss dann für sich eigentlich bewusst sein, okay, die Aktie hat jetzt gerade einen guten Lauf, die hat jetzt Stärke bekommen, da ist Kaufdruck reingekommen. Ich muss mir aber im Hinterkopf dann wirklich bewusst sein, dass früher oder später sich diese auch mal, die Aktie auch wieder mal dem fairen Wert annähert und auch mal eine Korrektur kommen kann, im Rahmen von diesen 20%. Und dann kann man für sich, je nachdem, was man für eine Strategie hat, beurteilen, okay, ich sehe das kommen, entweder sichere ich mich ab mit einem Stop-Loss oder ich nutze dann Rücksetzer in solchen Zonen, in solchen Bereichen bewusst, um Nachkäufe zu tätigen und dann eigentlich meinen Einstieg zu glätten und einfach gute Signale, gute Positionen, gute Momente zu bekommen, um hier in diese Aktie einzusteigen. Also das ist einfach so eine gewisse Herangehensweise, die man hier machen kann bei Waste Management, gerade jetzt in so einem Moment, wo wir sehen, hey, es ist eigentlich eher die Situation, der Moment, um abzuwarten, um das Ganze zu beobachten, weil wenn man jetzt hier einsteigt, könnte das durchaus genau ein schlechter Moment sein, wo dann die Aktie nach unten korrigiert. Deshalb jetzt hier absolut mal sehr gut geeignet, um hier einfach abzuwarten, ob diese Hürde genommen wird oder nicht. Das ist wie immer einfach meine persönliche Meinung. Das ist keine Kaufempfehlung, keine Verkaufsempfehlung, keine Empfehlung zu halten oder was auch immer. Das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, meine Betrachtung der ganzen Situation. Wir gehen jetzt auch gleich ins Fazit rein, zu dieser Analyse von Waste Management. Mit was haben wir es zu tun? Also grundsätzlich mal positiv, wir haben einen sehr hohen Burggraben bei Waste Management. Ich habe das jetzt zwei, dreimal erwähnt. Das Unternehmen ist sehr gut positioniert innerhalb der USA, also in Nordamerika. Man hat sehr gute Standorte, gerade mit diesen Deponien. Das ist ein Thema, das kann man nicht einfach so schnell eine Deponie eröffnen. Das ist ein Prozess über Jahrzehnte, wo man hier Bewilligungen braucht etc. Da ist man einfach unglaublich gut positioniert und hat einen sehr hohen Burggraben, also fast eine monopolähnliche Marktstellung oder Oligopol oder wie man das auch immer nennen wird. Also es gibt schon einige Konkurrenten natürlich in diesem Markt. Es ist nicht so, dass der komplett unbekämpft ist, aber dass hier ein neuer Player in den Markt reinkommt, ist dann schon eher schwierig oder unwahrscheinlich. Oder es dauert zumindest mal viele, viele Jahre, bis dieser neue Konkurrent dann auch bedrohlich werden könnte. Das ist wirklich ein sehr positives Signal für potenzielle Investoren. Wir haben das auch mit einem sehr krisenresistenten Geschäftsmodell zu tun. Müll, Abfall, das fällt immer an. Und wenn man sich überlegt, wenn die Wirtschaft weiter wächst und floriert, wird auch weiterhin Müll anfallen. Ein weiteres positives Signal oder ein positives Argument könnte sein, dass das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, also das Thema Recycling. Habt ihr vielleicht auch schon geachtet, wenn ihr irgendwann Shampoo einkauft oder eine Coca-Cola-Flasche, dann seht ihr, dass das vielfach recycelter Kunststoff ist. Und das ist durchaus auch für viele Konsumenten wichtig, die achten darauf. Und wenn man jetzt hier mit Wastemanagement auch in diesem Markt drin ist, wo man ja die ganze Wertschöpfungskette abdeckt, wo man sagen kann, man sammelt eigentlich Abfall ein, kann diesen dann gleich mit seinen eigenen Recyclinganlagen wieder aufbereiten und weiterverkaufen, dann ist das durchaus auch natürlich für die Zukunft ein spannendes Geschäftsmodell und könnte auch so zu einem weiteren Wachstum führen bei Wastemanagement. Wir sehen auch, dass wir einen langfristigen Aufwärtstrend haben, der nach wie vor intakt ist. Wir sehen, dass das Wachstum die nächsten Jahre vom Management auch bestätigt wurde. Also die Prognosen, die sehen durchaus positiv aus. Und wir haben auch einen sehr prominenten Investor an Bord mit Bill Gates und Melinda Gates mit ihrer Stiftung. Das ist sicher auch gerade für andere grosse Investoren ein positives Signal, das man nicht unterschätzen kann und sollte. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch negative Punkte bei Wastemanagement. Also wir haben eine durchaus relativ hohe Verschuldung bei Wastemanagement. Das ist jetzt nicht ein Unternehmen, das jetzt komplett schuldenfrei ist. Aber man muss auch sagen, wenn man sich überlegt, wie das Geschäftsmodell aufgebaut ist, man benötigt sehr viele Fahrzeuge, natürlich auch Standorte, die man betreibt, Gebäude, die unterhalten werden müssen. Das ist sehr kapitalintensiv, dass es natürlich dann auch zu einer höheren Verschuldung führt, als es bei einem Technologieunternehmen. Das liegt auch auf der Hand. Deshalb einfach spannend zu sehen oder wo man auch gut beobachten muss, dass hier die Tilgungskraft, zumindest auch vom Free Cashflow her, dass es nicht unter oder über eine bestimmte Hürde geht. Aber das ist aktuell für mich eigentlich ja nicht extrem positiv, aber auch nicht besorgniserregend zu bewerten. Die Aktie ist aber aktuell eher etwas überbewertet, muss man sagen, wobei Wastemanagement sehr häufig überbewertet ist, wenn wir es natürlich mit so einem tollen Geschäftsmodell zu tun haben. Das sind meistens dann, ja, dass die Aktien eher etwas teuer bewertet sind. Aber nichtsdestotrotz auch im historischen Kontext, wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, sind wir natürlich schon in einem Bereich, wo wir durchaus ein gewisses Potenzial haben, dass die Aktie auch mal korrigiert. Wenn jetzt mal irgendwo ein Wachstumsziel nicht eingehalten werden kann oder so, muss man durchaus auch mal mit einer Schwankung von 20% rechnen, plus minus. Das ist einfach, was man auf dem Schirm haben muss, wenn man jetzt einsteigt in einen Moment, wo es eher etwas teuer ist, wo man sich dann charttechnisch durchaus etwas auskennen sollte oder sich einfach überlegen muss, geht man hier eher tranchenweise rein, um hier nicht gerade im teuersten Moment einzusteigen. Wir sehen natürlich auch, dass die Aktie eigentlich seit Ende 2021 eher so eine Seitwärtsbewegung hingelegt hat, wo man durchaus jetzt auch mal auf einen Ausbruch nach oben warten kann. Das bietet sich aktuell an. Das habe ich vorhin besprochen. Eben hier dieser Widerstand da oben, wenn der mal durchschritten ist, dann ist natürlich wieder Luft da aktuell. Das ist wie so eine psychologische Hürde, die vielleicht noch viele Anleger davon abhält, hier wirklich nachhaltig einzusteigen. Das wäre so vielleicht eine spannende Herangehensweise. Ja, das war es eigentlich mit der Analyse. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn dir das gefallen hat, wenn du mir ein Like dalässt, wenn du mir auch in den Kommentaren reinschreibst, wie dir diese Analyse gefallen hat, ob du vielleicht investiert bist in Waste Management, wie du das Potenzial siehst. Vielleicht sonst noch Anmerkungen zu dieser Analyse, da würde mich sehr freuen. Und wenn du für dich lernen willst, wie man eine Aktie analysiert, wie man herangeht, wie man überhaupt solche Unternehmen findet, wie man sich ein Portfolio zusammenstellt, das gut diversifiziert ist, vielleicht auch gerade mit solchen Unternehmen, die auch gewisse Krisenresistenz aufweisen, dann schau doch einfach mal vorbei auf www.matthiaschristen.com und melde dich einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch an. Da können wir mal eine Stunde zusammensitzen und wir schreien uns an, wo du gerade stehst, wo du Fragen hast, wo du Probleme hast. Dann gehe ich gerne darauf ein und kann dir hier bereits die ersten Tipps mitgeben und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht auch danach noch weiter zusammenarbeiten können und wir gemeinsam für dich eine sinnvolle, nachhaltige Anlagestrategie etablieren können, damit du neben deinem Job, neben deiner Familie einfach wirklich von steigenden Aktienkursen profitieren kannst und hier einfach eine klare Strategie verfolgen kannst. Nimm doch dieses Angebot wahr und ich würde mich sehr freuen auf deine Kontaktaufnahme und danke dir auch, wenn du mir ein Abo dalassen würdest bei diesem Kanal, weil es kommen immer wieder laufend neue solche spannende Analysen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dein Matthias Christen.